Ich habe gerade an dem Programm Leaders of Tomorrow teilgenommen. Es hat mir gezeigt, wie ich eine inspirierende Leader sein kann, neben meinen Aufgaben als Fundraiser und Manager. Die Woche hat auch viel, viel Spaß gemacht. Ich empfehle Leaders of Tomorrow allen Menschen, die in der Zivilgesellschaft arbeiten. Die Woche gehört auch viel, viel Spaß gemacht. Deshalb ist es ein Punkt, wenn es von der Zivilgesellschaft gibt, sich mit einem Auftrag auf der Zivilgesellschaft verläänpricht. Vielen Dank.